Ich mache jetzt einen Freundschaftstest mit Jule und ich stelle ihr ein paar Fragen und mal sehen, ob sie sie beantworten kann. Erste Frage, wann habe ich Geburtstag? 21. Januar. Okay, das weiß sie. Wie heißt meine kleinste Schwester mit Vornamen? Nalu. Das weißt du auch. Du kennst sie sogar. Vor wie vielen Jahren haben wir uns kennengelernt? Vor zwei. Ja. Habe ich momentan einen Crush? Ja. Was ist mein Lieblingsessen? Sushi. Und? Ich? Ja. Aber ich mag auch Lasagne, muss ich sagen. Wo will ich mit dir dieses Jahr noch in Urlaub gehen? Wir gehen nach Paris. Yes, nach Paris. Dann mache ich dir einen Antrag, weißt du? Ich weiß. Ja. Ich muss sagen, ich bin stolz. Sie hat sich tapfer geschlagen. Ja, meine Frisur ist scheiße geworden. Ja, aber deinen Test hast du bestanden. Immerhin. 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 Ich stehe. Ich binkidschelaure. Vielen Dank.